Es ist vollbracht, der FC Schalke 04 hat sich seinen Traum erfüllt. Hallo und herzlich willkommen zum Legenden-Talk nach dem Wahnsinn. Ja, es war mal wieder sowas von dermaßen nicht schalkig, der Spielverlauf und das Endergebnis. Die Feier danach einfach nur wunderschön und das wollen wir besprechen mit Rüdiger Bamczyk, mit Martin Max und Jörg Dahlmann ist als Gast dabei. Hallo Jörg, schön, dass du da bist. Jungs, wer von euch ist denn schon wieder auf 0,0? Bei mir, glaube ich, erst seit gerade eben. Also wahrscheinlich ich auch und du auch. Ja, ich auch. Wir waren ja zusammen, also war sehr, sehr hart. Aber wir haben durchgehalten, sagen wir mal so. Ja, halb sieben haben wir den Blau Salon dicht gemacht. Simon Terodde, die ganzen Jungs immer noch in Klamotten, also in Trikots. Ja, die haben gar nicht geduscht. Ja, ist doch super. Sofort Feier und gib ihm bloß nicht irgendwie Zeit mit Duschen verschwenden. Weiter ran. Ja, also ich bin auch immer noch platt, weil das war ja mal wieder volle Breitseite Schalke. Also voll mitten ins Gesicht, voll Emotionen da. Ich habe auch das Vergnügen gehabt nach dem Spiel noch, dem Simon persönlich zu gratulieren. Auch dem Mike Büskenz, für den hat es mich natürlich vor allem sehr gefreut. Wir haben ja auch das Eurofighter-Treffen gehabt. Von daher hat alles gepasst, ein runder Abend. Ja, Jörg, du warst auch dabei. Du bist ja auch aus dem Ruhrpott, ich glaube Gladbeck geboren. Ja, Gelsenkirchen geboren und Gladbeck aufgewachsen und natürlich immer voll Schalke-Fan gewesen. Ich habe das während meiner Laufbahn als Reporter nicht kundgetan. Der Uli Potowski hat mir geraten. Mach da bloß nicht, da kriegst du so viel Ärger mit den anderen Fans. Aber jetzt bin ich draußen aus dem Geschäft. Jetzt kann ich alles sagen. Ich bin durch und durch Schalker. Ja, der Potowski hat das nur gesagt, damit er das Alleinstellungsmerkmal hat. Wahrscheinlich. Ja, Jungs, Martin hat es schon gesagt, die volle Breitseite, also so wie die Jungs angefangen haben, wie die gespielt haben, hätte es ja schon nach 5 Minuten 2-0 stehen müssen. Und wir hätten das Ding ruhig nach Hause schaukeln können, wäre auch eine schöne Feier gewesen. So mit so viel Vorfreude, die man schon während des Spiels ausleben kann. Aber es kommt natürlich anders. Hast du irgendwann oder spätestens nach dem zweiten gedacht, so jetzt geht es wieder schief, wie gegen Bremen? Nee, eigentlich nicht. Ich hatte ja gesagt, ich glaube, dass es schwer wird. Das habe ich ja bei der letzten Sendung gesagt. Aber ich war also sicher, dass wir das Spiel noch gewinnen. War natürlich, muss ich dazu sagen, mit Martin in zwei verschiedene Logen. Und hier ist ja unsere Loge, wenn wir spielen eigentlich hier. Und dann kam ich zweite Halbzeit an und der Paul von Aberleit, der hat schon geschrieben, wo bist du, wo bist du. Ich sage, Paul, bleib ruhig, das Spiel gewinnen wir noch. Bist du verrückt, wie kannst du bei so einem Spiel den abhauen hier? Und dann sagt Paul, ruhig, ist eine Halbzeit noch, das drehen wir noch. Und glücklicherweise haben wir es ja gedreht und haben auch fürchterlich gut gefeiert hier. Also mir ging es genauso. Ich war eigentlich auch relativ ruhig, muss ich sagen. Weil so wie wir die Mannschaft erlebt haben in den letzten Wochen, ist sie wirklich in der Lage, oder hat sie gezeigt, dass sie in der Lage ist, Rückstände zu drehen. Auch mal Last-Minute-Tore zu machen. Von daher war erstens der Glaube da, dass es immer noch der Wille da ist, das Spiel zu biegen. Da war ich mir auch ganz sicher, dass sie das schaffen. Aber, Abi, du hast schon recht, die Jungs, die wurden total unruhig hier in der Lote. Teilweise schon ein bisschen geschimpft, so wie ihr versaut uns den Abend hier. Ich hätte mir auch lieber 1-0, habe ich auch gedacht, einen kurzen Moment. Aber warum einfach? Warum Schalke einfach? So ein dreckiges 1-0 hätte mir auch gereicht. Aber okay, die Emotionen gehören dazu, das steigert das natürlich. Also nach dem 3-2 ist der, glaube ich, auch das Dach wieder weggeflogen. Ja, was hier los war, also gebrüllt, geschrien, also gemacht, getan. Ja, ich bin noch fertig, wie gesagt, davon. Ich glaube, Jörg, man muss das mitdenken mit dem Sandhausenspiel zusammen, oder? Denn in beiden Spielen haben die Fans alles dafür getan und der Mannschaft unglaublich geholfen, diese Siege zu erringen. Ja, das ist einfach der große Unterschied zu der Saison davor, wo wirklich Hoffnungslosigkeit war. Wenn 0-1 war, wusstest du, das Ding ist in der Grütze drin. Und du hast keine Chance mehr, da irgendwie irgendwas zu machen. Aber in dieser Saison hat Schalke echt das mehrfach bewiesen, dass da Kämpferqualitäten sind, Rückkehrerqualitäten. Ich muss natürlich auch sagen, durch Büskens ist natürlich sehr viel positive Energie dazugekommen. Und da ist nochmal mehr Power und der Wille da, wirklich was Unmögliches möglich zu machen. Ja, 17 Punkte nach Rückstand geholt, das ist schon ein toller Wert. Ja, du sprichst es an, Mike Büskens. Und kaum haben wir mal Leute am Ruder, die aus dem Pott kommen, die zu uns passen. Ob es Knäbel ist, ob es Schröder ist, Büskens, Asamoah, überall an den entscheidenden Stellen. Sofort klappt es mit der Mentalität, sofort klappt es mit der Einheit, Fans, Verein, Vereinsführung, Mannschaft. Ja, erinnere dich, was vor einem Jahr hier los war. Ich glaube, das war so schnell nicht zu erwarten. Aber man sieht, wenn man an den richtigen Stellschrauben dreht, wie schnell sich das Glück oder das Blatt auch wieder wenden kann. Und das hat man innerhalb kürzester Zeit getan. Und boah, so viele Hüte habe ich gar nicht, die ich verziehen müsste. Ich finde, das ist ein kleines Wunder, dass Schalke jetzt aufgeschrieben ist. Denn ich habe wirklich auch vor der Saison gedacht, nach dieser Grützensaison vorher, ich habe schon wieder Grütze gesagt, nach der Saison vorher, so schnell irgendwie was Neues aufzubauen mit völlig neuen Leuten. Jeder weiß, wenn eine neue Mannschaft sagt, mit nur neuen Leuten, wie schwer das ist. Ich habe nicht damit gerechnet, zumal ja auch noch das gegen HSV erstmal schief ging. Und da habe ich gedacht, oh, dieses Jahr wird Abstiegskampf nochmal, leider. Das Ganze drumherum ist aber auch entscheidend. Im Grunde war ja alles neu. Aufsichtsrat neu, Vorstand neu, alles drumherum. Und das Schöne ist ja auch, es herrscht eine totale Ruhe im Verein. Nichts ist nach außen gedrungen. Entscheidungen werden erst bekannt gegeben, wenn sie tatsächlich auch getroffen sind. Und das ist richtig angenehm. Das ist ein richtig angenehmer Moment. Man hat den Eindruck, dass es endlich in die richtige Richtung geht. Jo, lass uns vielleicht die Saisonanalyse, die große, dann nach dem Nürnbergspiel machen, bei der letzten Sendung der Saison. Aber heute kümmern wir uns noch ein bisschen um das Spiel, beziehungsweise die Emotionen danach. Martin, wir möchten eigentlich nicht jede Woche über Simon Tyrolle sprechen, weil das ja ein Mannschaftsspiel ist und alle Jungs ihren Teil beigetragen haben. Aber nach dem Spiel musst du natürlich wieder über diesen Magier reden. Drei Chancen in der ersten Halbzeit, aus denen der normalerweise vier Tore macht. War das selbst bei dem so ein Anzeichen für Nervosität oder einfach nur völliger Zufall, dass das hintereinander kam? Wie lange ist das jetzt her, wo ich hier war? Beim letzten Mal? Halbes Jahr oder sowas inzwischen. Ich glaube, damals haben wir schon die Diskussion gehabt wegen Nationalmannschaft unter Umständen. Also ich sehe keinen anderen deutschen Stürmer, der seine Qualität hat, vor allem in der Box. Und die kannst du immer gebrauchen. Ich liebe sowieso Mittelstürmer, ist ja klar, von Haus aus. Aber im Moment sehe ich keinen Strafraumstürmer, der diese Art und Weise hat wie Simon. Der hatte jetzt in dem Spiel auch ein bisschen Pech. Manchmal läuft das ein bisschen anders. Da fällt der Ball einfach vor der Beine und läuft ihn direkt rein. Diesmal hat er ihn vom Knie oder woanders vorgekriegt. Also ich war am Anfang wieder, oh, wenn der schon kein Tor macht, dann wird ein bisschen eng. Kann sein. Aber man hat aber auch gesehen, was für ein Selbstbewusstsein der Junge hat. Der ist ja einfach hingegangen und hat gesagt, du pass auf, ich besitze mich nicht so überragend gespielt, aber ich schieße trotzdem Elfmeter. Das finde ich schon bewundernswert. Und daran kannst du sehen, was ich ja immer gesagt habe, der will mit Gewalt aufsteigen. Der will nochmal in der ersten Liga spielen. Und das Gefühl habe ich seit Monaten bei dem gehabt und deswegen hat er auch viele Jungs mitgezogen. Das bin ich fest von überzeugt. Er will vor allem auch einen Makel ablegen. Er wird ja immer nachgesagt, erste Liga kann er nicht so gut, zweite Liga super. Ich glaube, er will jetzt auch mal beweisen, dass er es in der ersten Liga kann. Unbedingt. Ja, ich glaube, der ruht auch in sich selbst. Er hat jetzt inzwischen so eine Erfahrung, wie der Abi schon sagt. Er vergibt ein, zwei Chancen, aber ist ihm egal. Er macht immer weiter und dann macht er trotzdem seine Türchen. Er bleibt einfach ruhig und cool. Und das kommt einfach nur mit der Erfahrung. Ja, egal was ihm liegt. Das hast du daran gemerkt, wie er am Ende immer wieder angefangen hat zu weinen, weil das so von ihm runtergefallen ist, die Erleichterung so groß war. Er hat mir dann hinterher in der Nacht irgendwann noch morgens um vier oder was erzählt, dass er wirklich sich total verantwortlich gefühlt hätte, wenn wir dieses Spiel nicht gewonnen hätten. Weil wir hätten eigentlich führen müssen die ganze Zeit wegen seiner Chancen. Er hat es nicht gemacht und er ist der glücklichste Mensch der Welt, dass es dann doch noch funktioniert hat. Das ist natürlich schon, also wenn ein Stürmer trifft, wenn er so viele Tore macht, das bringt ihm natürlich auch Punkte, ganz klar. Nur trotzdem, die Mannschaft drumherum auch, die brauchst du auch, vor allem als Stürmer. Du bist extrem abhängig von deinen Mitspielern. Also ich glaube auch Bülter zum Beispiel, sein Sturmpartner, hat eine super Saison gespielt. Unheimlich viel unterwegs, reißt Räume, wurde Simon natürlich auch von profitiert. An 23 Toren beteiligt, 10 geschossen, 13 vorbereitet. Viele davon natürlich für Simon. Genau, auch Salazar, Chulinov möchte ich erwähnen. Also wir haben schon Offensivqualitäten gehabt, auch die Vorarbeiter dafür gehabt. Uwe Jan, der ja leider dann zum Schluss ein bisschen ausgefallen ist, aber hat vorher auch unheimlich viele Vorlagen geliefert. Also auch das Team drumherum, das war eine geschlossene Einheit zum Schluss, die es dann auch verdient hat aufzusteigen, ganz klar. Ja, Itakura müssen wir erwähnen, der zu überragend war. Ja, absolut. Ganz zu jedem. Einer der besten Spieler der zweiten Liga, würde ich sagen. Ja, aber auch was ihm wichtig war, dass er mal an seinem System festgehalten hat. Das finde ich ganz gut beim Bujo, muss ich sagen. Und dass er auch mal die Mannschaft durchspielen gelassen hat. Ja, nicht immer sofort Wechsel und der rein, der raus. Das bringt unheimlich Unsicherheit in einer Mannschaft und das hat der Bujo gut gemacht. Und deswegen haben wir auch letztes Mal diskutiert, sollst du wieder spielen lassen, die gleiche Mannschaft. Wenn die Mannschaft gewinnt, darfst du keine Mannschaft auseinanderreißen, ganz klar. Und das hat er auch gemacht, weil er eben vom Fußball kommt. Das war früher bei uns der Friedl Rausch auch, der, wie hieß er früher nochmal, Max Merkel. Der hat auch die Truppe pausenlos auseinandergerissen. Und dann haben sie ihn rausgeschmissen, da war der Friedl, als Schalker, weil wir ja gerade uns besprochen haben, weil Bujo ja auch ein Schalker-Junge ist. Der Friedl kam hin, hat die Mannschaft zusammengestellt und hat gesagt, so jetzt spielen. Komm, jetzt ziehen wir das Ding durch. Und wir waren auch unter Friedl Rausch, auch ein Schalker. Lange, 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 lange sehr erfolgreich. Und das freut mich natürlich dann auch immer im Nachhinein, weil der Martin ja auch gerade gesagt hat, Schalker können es auch. Ja, und es ist eben auch so, dass wir nicht, wie uns in der Vergangenheit erzählt wurde, von gewissen Leuten, die jetzt nicht mehr da sind, wir sollten uns nach China orientieren und irgendwie so einen internationalen Verein darstellen. Es macht keinen Sinn. Wir sind Schalke 04 und wir werden ja auch von allen anderen entweder gehasst oder geliebt dafür, dass wir so sind, wie wir sind. Und wenn wir dann so sind wie alle anderen, dann sind wir eben nichts Besonderes mehr. Also wir müssen voll auf die blau-weiße Karte setzen, auf das, was uns ausmacht, die DNA. Und dann kommt es jetzt auf. Was ich auch bemerkenswert finde, dass sehr, sehr viele, komischerweise kriege ich dann auch von Leuten, die wissen, dass ich Schalke-Fan bin, kriege ich dann auch Glückwünsche, obwohl ich nichts dazu beigetragen habe. Aber ich habe sehr viele, wirklich sehr viele Mails bekommen von Dortmundern und von Bochumern. Also du siehst also, dass im Ruhrpott trotz dieser Rivalität eben viele Leute sich wirklich freuen, dass Schalke auch wieder da ist. Nicht nur wegen der Derbys, sondern weil Schalke einfach in Liga 1 reingehört. Ja, weil wir da wieder, was weiß ich, vier Feilen oder fünf Feilen mehr haben, ne? Wenn wir gewinnen. Ja, das stimmt. Wir werden gewinnen, du willst sehen. Aber die freuen sich alles, dass die Schalker wiederkommen. Wir machen denen doch immer die Stadien voll, insofern. Eben, Bochum freut sich sowieso schon. Ja, das wird auch eine Aufgabe sein, mit dieser Euphorie weiterzuarbeiten und dass die Fans auch kapieren, dass es jetzt von viel mehr Siege als früher, wie dazu mindestens halbe Anzahl der Spiele Niederlagen gehen wird, dass es vom ersten Moment an nur um Klassenerhalt geht und dass wir da alle zusammenhalten müssen. Und wir haben jetzt einen Vorteil, wir sind aufgestiegen, wir können jetzt eigentlich schon gucken, was aus der Mannschaft werden kann. Also wenn wir neue Leute holen, dann haben wir noch genügend Zeit, ja, jetzt in Ruhe nachzugucken. Wenn du jetzt Dritter gewesen wärst, dann hättest du noch ein Spiel, letztens noch ein Spiel mehr gehabt oder zwei Spiele mehr und dann hättest du auch warten müssen. Steige ich auf? Kann ich was machen? Kann ich nicht machen? Das ist alles jetzt eine schöne Ecke, wo wir gespart haben. Unter anderem können wir jetzt in Ruhe auch planen. Und das ist das Wichtigste im Verein, jetzt neu nochmal zu planen. Jetzt nochmal alles umzuwürfeln, um zu sagen, was können wir aus der Mannschaft noch mehr rausholen oder den einen oder anderen verpflichten. Das ist ganz wichtig. Da muss man den Ruhe natürlich schon erwähnen. Also der hat ja schon letzten Sommer eine Mammutaufgabe gehabt und auch überragende Arbeit gemacht. Aber die Aufgabe, ja, im Winter ebenso. Mit dem, was dann noch da war, hat er noch super gearbeitet. Nur jetzt, wenn wir jetzt schon nach vorne schauen. Also jetzt wird es auch nicht weniger, weil wir haben noch ein paar Spieler, die dann zurückkommen, die ausgeliehen sind. Wir haben Leihspieler hier bei uns. Also das wird auch kein gemütlicher Sommer für ihn. Da wird er auch viel Arbeit vor der Brust haben. Aber ich glaube, mit der Euphorie jetzt des Aufstiegs, es arbeitet sich auch ein bisschen leichter. Wie der Abi sagt, er hat jetzt mehr Planungssicherheit, schon eine Woche eher, als gedacht. Und ich traue ihm alles zu, weil er einfach einen überragenden Job gemacht hat bis dato. Und das wird er auch weitermachen. Und der Typ Spieler, den wir brauchen, der findet natürlich auch solche Bilder wie Sandhausen, wie am Samstag hier, sowas von geil und als anziehend. Das ist auf jeden Fall eine super... Also der, der Fußball liebt, der kann sich dem nicht entziehen. Das haben wir ja in Frankfurt zum Beispiel auch gesehen, wo es so ähnlich war. Ja, genau. Also wenn du Fußball liebst, dann kannst du sich dem nicht entziehen, sondern wirst automatisch angesteckt. Dann gehst du manchmal einfach, explodierst du. Und ich erinnere mich an eine Geschichte von uns beiden bei RAN, oder nicht von uns beiden, aber die uns beide betroffen hat. Damals gegen Karlsruhe, als Karlsruhe dieses hohe Europapokalergebnis hatte, 7-0, 7-1 oder was gegen Valencia. Da warst du, glaube ich, hinterm Tor und hast da immer mitgejubelt. Ich habe kommentiert. Ich weiß, was du meinst. Ich habe mal mitgejubelt in Rom mit Karlsruhe. Da haben die in Rom gewonnen. Icke Hessler hat da toll gespielt, hat ein Tor geschossen. Und da habe ich mit Wontorra, mit Kerner und mit Markus Hirschnit, drei Kollegen, haben wir Laola gemacht. Und ich habe einen auf die Fresse bekommen von meinem Chef, dass ich Laola vor den Fans mache. Ja, hat sich Reinhold Beckmann hat dann hinterher gesagt, das will er nie wieder sehen. Die Journalisten müssen neutral sein, ist ja auch richtig. Und einer Hand war der Johannes Kerner, der anderen war der Wonti. Und ich habe einen auf die Müsse gekriegt. Herrlich. Auf jeden Fall hat es dann geheißen, wenn ich noch mal einen sehe, der fliegt sofort raus, der jubelt. Und dann kam ja die Eurofighter-Nummer. Und dann gab es zum Beispiel das 2-1 von Mark Wilmotz im Halbfinale gegen Teneriffa. Und ich stand mit der Kamera direkt da, der Köpf da 2 Meter von mir entfernt, die Parkscheine und explodiert. In mir geht es, bam! Und ich musste die ganze Zeit, ich durfte ja nicht die Arme hochreißen. Und du siehst, wenn du den Slow-Mo laufen lässt, wie der Mark vorbeiläuft und jubelt, siehst du dahinter einen, der so ... Das sind schon körperliche Schmerzen dann auch. Daher geht, damit er nicht das zeigt, was er fühlt. Das waren die Zeiten. Was hast du denn da? Ich habe mein Buch geschrieben. Dankeschön, dass ich das kurz hier präsentieren darf. Immer gerade heraus. Ich bin ein Gladbecker Junge, Gersenkirchen geboren. Wie gesagt, vier Jahre, Jahrzehnte TV-Journalismus. Zu Abi-Zeiten war ich schon im Stadion. Auch viel Schalke, Ernst Kurzora mit dabei, Geschichten noch und wirklich lohnenswert zu lesen. Schöne Geschichten mit dabei. Auch mein seltsamer Auswurf bei Sky ist auch mit dabei. Jo. Müssen wir uns das ja mal kaufen. Ja, natürlich. Für dich 19,95 Euro. Oh. Ist ja günstig. Ja, Abi, da helfen die alten Verdienste nichts mehr. Aber mein Buch wird wahrscheinlich teurer sein. Das wird ja auch dicker sein. Und mehr Skandale wahrscheinlich. Mehr Skandale. Ich decke alles auf. Ja, jetzt ist eine Frage natürlich, was passiert in der nächsten Saison? Wir haben schon die erwähnt, wo man sagt, okay, die sind auf jeden Fall auch gut genug für die erste Liga. Aber wir werden schon noch ein bisschen Qualität ranholen müssen. Und ich denke, dass Ruben Schröder schon längst zwei Pläne in der Schublade hat. Und die eine, da sind die alle schon angesprochen, die für die erste Liga kommen sollen. Und der andere war dann für die zweite Liga. Den kann er jetzt wegschmeißen. Aber ich glaube, dass da schon eine Menge Vorarbeit ist und hoffe, dass innerhalb der nächsten Tage die eine oder andere Meldung rauskommt. Die wichtigste ist natürlich, wer wird Trainer? Ja, das ist die Frage. Eigentlich haben wir im Moment den perfekten Trainer, der zu Schalke passt. Habe ich auch gesagt. Ich habe im Moment ehrlich gesagt auch keine Idee. Muss ich ehrlich sagen. Aber man muss seinen Wunsch respektieren. Also ich glaube, ich habe den Otto Rehagel hier sitzen gesehen bei dem Tönnies in der Loge. Also das wäre nochmal eine Alternative, oder? Naja. Also du willst damit sagen, es ist schwer. Auf sicher ist es schwer. Ich habe ja auch gestern in der letzten Sendung gesagt, ich bin auch dafür, genauso wie du auch, dass der Marke es weitermacht. Und ja, gut, es wird sowieso Schwierigkeiten geben. Egal, wenn du jetzt da unten hinstellst. Wenn der Maik sich auf die Bank setzt. Und das ist kein Erfolg hier. Und das leider ist es im Leben manchmal so. Man kriegt das erste Spiel in Bayern. Dann hat man das zweite Spiel vielleicht gegen Gladbach. Da sind ja nicht gerade Mannschaften, wo du vorbeifahrst. Und du sagst, die nehmen wir mal eben mit. Sondern da verlierst du vielleicht mal. Und dann habe ich ja auch gesagt zu dir. Und da hast du immer gesagt, ja, mal gucken. Dann wird das Stadion hier brüllen. Maik, Maik, Maik. Und dann bin ich gespannt, welcher Trainer da locker bleibt. Ja, das ist, wenn du richtig Druck auf dem Kessel hast. Kann ich mir gut vorstellen. Das war dann doch ein bisschen Schwierigkeiten kriegen. Aber ich hoffe nicht. Also ich hoffe, dass sie immer noch für Maik entscheiden. Oder Maik für sich selber entscheidet, dass er das macht. Dann soll er mal eben den Gerland noch auf zwei, drei Jahre verschieben. Der ist ja noch jung. Dann kann er immer noch den Gerland machen. Und dann würde ich sagen, der soll mal drei Jahre hier schön den Trainer machen. Mit viel Erfolg. Und dann kann er sich unten hinsetzen und den Gerland machen. Das wäre mir eigentlich am liebsten. Aber ich kann ihn natürlich auch verstehen, weil er ist jetzt natürlich durch diese Erfolge ein Hero. Und nächste Saison wird es wieder schwieriger. Und da musst du mit vielen Niederlagen rechnen zumindest. Abstiegskampf wird es wahrscheinlich werden. Und dann sieht die Situation immer anders aus. Aber das ist ja nicht der Grund, dass er denkt, er könnte seinen Bildschirm schaden leiden. Ich glaube, Hero wird er immer bleiben. Aber ich glaube, dass der Plan einfach ein anderer war mit Maik. Dass er eben diese zweite Co-Trainer-Position eigentlich für immer bekleidet. Dass er einfach auch diese Identifikationsfigur ist für junge Spieler. Auch vielleicht für Trainer. Denen zu sagen, worauf kommt es hier drauf an? Ich kenne die Mannschaft. Ich kenne das Umfeld. Der kann einem neuen Cheftrainer ja auch irgendwas erzählen. Dass er sich austauschen kann. Dass er einfach da fest installiert ist als Schalker. Ja, das fand ich ja gut. Diese Idee. Und die finde ich ja nach wie vor gut. Martin, das haben sie ja mit dir jetzt auch gemacht. Dass du Stürmertrainer bist. Und das finde ich auch vollkommen richtig. Ja, in der Klappenschmiede. Da fühle ich mich auch sehr wohl. Das stimmt. Du kommst hierher. Du weißt, wie es geht. Du bist Nationalspieler gewesen. Du kannst alles. Die Jungs gucken alle so hoch, wenn du denen was sagst. Und das ist wichtig. Wichtig ist, dass jemand... Auch was kann. Es geht nicht nur darum, irgendeinen da hinzustellen. Sondern derjenige, der da steht, muss den Jungs auch was beibringen. Und das ist dieses individuelle Tore schießen. Was zur Zeit ein bisschen die letzten zwei Jahre bei uns jetzt nicht mehr so war. Aber seitdem du dabei bist, dann muss ich ja sagen. U23, U17. Du hast die alle super am Strick. Ja, U23 ab Sommer. Ja, ja gut, aber du hast dich schon den einen oder anderen trainiert und so. Ja, und treffen sofort wieder, komischerweise. Nein, es geht einfach nur um Vertrauen auch. Aber du darfst ja, finde ich... Vertrauen zu schaffen, die Jungs selbstvertrauen zu geben, sie im Training auch in die Position zu bringen. Nur dann können sie auch die Sicherheit bekommen und die haben sie dann im Spiel dann auch. Ja, aber ich finde, was ich sagen wollte, du darfst jetzt keinen Laptop-Trainer da hinstellen. Du musst wirklich einen haben hier für Schalke, musst du einen haben mit Emotionen. Das ist es. Du musst einen mit Corazon, mit Herz haben, der die Leute packt. Sowohl die Fans wie auch die Spieler packt. Ja, aber Domenico Tedesco war einer, der beides hatte. Laptop-Trainer und die Emotionen. Die Leute haben ihn geliebt. Das geht so, ansonsten ich jetzt auch ein Differenzierter. Da bin ich anderer Meinung, aber okay, ist ja egal. Ja, also alles was, ich meine, ich wohne ja auch in Gelsenkirchen und um mich rum sind nur Königsblaue und... Ja, die mochten ihn, aber ich glaube nicht, dass so richtig so dieses Herzblut zwischen den beiden Parteien da war. Ich glaube, die mochten und achteten Tedesco, aber es war nicht dieses richtige, dieses Herz da. Ja, der war in einer Kurve, der war auf dem Podest. Als vorbei war quasi. Nein. Das hätte schon passen können. Als wir Vizemeister geworden sind, haben die Utrass ihn in die Kurve geholt und das ist der Ritterschlag und der Beweis, dass die Kurve ihn als einen, der dafür würdig ist. Das machst du ja nicht mit irgendwem. Nur weil du den respektierst. Da kommen nur Leute hin, die geliebt werden. Ja, aber gegen Düsseldorf, das Spiel, glaube ich, wo er dann zu Ende ging, da war er, glaube ich, da auch in der Ecke und da wurde er beworfen, oder? War das nicht so? Das weiß ich nicht. Aber egal, komm, wollen wir über schöne Dinge des Lebens reden. Die Frage ist aber auch, aber auch Dinge aus denen man lernen muss. Soll er gegen uns schön die Punkte lassen, wenn wir gegen die spielen und dann ist er auch ein netter Kerl. Gut, ja, dann sage ich Dankeschön. Gerne. Wir haben eine wahnsinnige Saison zu einem tollen Ende geführt und hat Spaß gemacht mit euch. Letzte Sendung dann ja nach dem Nürnbergspiel, da haben wir gedacht, das wäre die, wo wir erst über das Ende reden können. Und da werden wir auch in Ruhe eintrinken. Da fahren wir nur zum Feiern hin. Da ist mir die Kaffeefahrt lieber, Ed. Die Spannung hätte jetzt nicht gebraucht. Also ich fahre mit dem Klaus auf jeden Fall runter. Ja, wir müssen für den Verein, wir spielen ja wohl mit der Traditionsmannschaft, aber zweimal mussten runter und dann haben sie gesagt, komm, dann macht ihr beide das, weil wir die Älteren sind. Die ganze Knappschmiede ist eh ganz Schalke da. Die ganze Knappschmiede ist da. Und da haben wir natürlich jetzt eins vergessen. Entschuldigung, Onur. Herzlichen Glückwunsch an die U17. Lass uns eben noch kurz darüber reden. Ich habe es nochmal, Entschuldigung, ich bin um halb sieben hier raus, war um sieben Uhr im Bett und ich hatte es mir so fest vorgenommen, hat nicht geklappt. Das war die absolute Krönung natürlich am Sonntag. Ja, unsere U17, deutscher Meister, also riesen Respekt und von dieser Stelle natürlich Onur und Team, Glückwunsch, toll gemacht, super Job über die ganze Saison und auch verdient, weil die Mannschaft einfach eine geile Mentalität hat, einfach eine geile Truppe mit unseren Schalke-Tugenden. Und da kriegt Norbert Elgert richtig gute Jungs in die U19. Absolut. Wobei ja zwei sogar aus der Stammelf, der Uedraogo und der Vitali Becker, glaube ich, sogar Jungjahrgang sind noch. Die bleiben da. Ja, nur der Assan. Ja? Der Assan. Assan? Ja. Naja, auf jeden Fall ist die Frage, geht der gleich mit hoch? Wahrscheinlich schon. So etabliert, wie der ist, so wichtig, wie der für die Mannschaft ist. Das, was ich gehört habe, ja. 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 Okay, der ist auch schon seit der U9 da auf Schalke. Der weiß, was Königsblau bedeutet. Wenn er kein Profi wird, dann fresse ich einen Besen, wobei das in dem Alter ja immer noch schwer ist. Du musst immer vorsichtig sein. Aber es kann ja viel passieren in dem Alter, aber von den Fähigkeiten, vom Talent. Wenn du eine Verletzung hast, aber normalerweise, wenn du Talent hast, so wie er hat, dann kann ich mir das gut vorstellen, dass er das durchzieht und Profi wird. Also auch das war ein super Ende der Saison. Die U23 hat sich gerettet, mit dem 4-3 in Uerdingen. Auch die haben es wieder spannend gemacht. Wenn der Martin eine Woche hartes Training gemacht hat mit denen, hartes Training. Sind die sofort drin gewesen. Ja, da hat der Jakob schon einen geilen Job gemacht. Jakob Fimpel auch, auf die letzten Meter das Ding noch gerissen. Also, überall auf Schalke ist die Laune allerbestens und mit dem Gefühl gehen wir jetzt in diese Woche, gucken mal, was in Nürnberg noch passiert. Eine riesen Party wieder mit den Freunden und ja, dann sehen wir uns wieder und euch sage ich Dankeschön für den Besuch und euch allen Glück auf. Besser geht es sowieso nicht als in dieser Woche.